Herzlich willkommen bei SG Watches, eurem Berater für Luxusuhren, Schmuck und Luxussonnenbrillen. Heute stelle ich euch mal wieder eine Hamilton-Uhr vor, nämlich die Kaki Field H6940-9930. Viel Spaß mit diesem Video. Lassen Sie uns jetzt einen genauen Blick auf die Merkmale dieser Uhr werfen. Referenznummer H6940-9930. Diese Referenznummer kennzeichnet das spezielle Modell der Kaki Field Serie, das durch sein robustes und schlichtes Design sofort ins Auge fällt. Fangen wir an mit dem mechanischen Uhrwerk. Im Inneren dieser Uhr schlägt das Herz des Kalibers H50, ein mechanisches Handaufzugswerk. Dieses Werk basiert auf dem bewährten ITER 28012 und bietet eine beeindruckende Gangreserve von bis zu 80 Stunden. Der Handaufzug verleiht der Uhr eine klassische Note und ermöglicht dem Träger eine tiefe Verbindung zur Mechanik und Tradition der Uhrmacherkunst. Ein Blick auf das Gehäusematerial und die Verarbeitung. Das Gehäuse der H6940930 besteht aus Edelstahl mit einer schwarzen PVD-Beschichtung, die dem Design eine zusätzliche Schicht von Strapazierfähigkeit und ein mattes militärisches Finish verleiht. Mit einem Durchmesser von 38 mm ist das Gehäuse ideal proportioniert. Groß genug, um gut ablesbar zu sein, aber dennoch kompakt und bequem zu tragen. Die PVD-Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz gegen Kratzer und Abnutzung, was diese Uhr besonders langlebig macht. Nun zum Zifferblatt und Zeiger. Das Zifferblatt ist tiefschwarz und besticht durch seine klare und prägnante Gestaltung. Die arabischen Ziffern sind groß und deutlich, sodass die Uhrzeit auf einen Blick ablesbar ist. Eine Besonderheit sind die sandfarbenen Leuchtzeiger und Markierungen, die das klassische Militäruhrendesign widerspiegeln und gleichzeitig eine hervorragende Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleisten. Zusätzlich ist das Zifferblatt mit einer 24-Stunden-Skala versehen, die den militärischen Ursprung dieser Uhr unterstreicht. Das Armband. Die Uhr wird mit einem schwarzen NATO-Armband geliefert, das perfekt zum Gesamtdesign passt. NATO-Bänder sind bekannt für ihre Langlebigkeit und ihren Komfort. Sie bieten nicht nur einen sicheren Halt am Handgelenk, sondern können auch leicht gewechselt werden, um der Uhr einen neuen Look zu verleihen. Die robuste Edelstahl-Dornschließe mit PVD-Beschichtung sorgt für sicheren Halt und unterstreicht die Funktionalität des Designs. Betrachten wir das Glas und die Wasserdichtigkeit. Das kratzfeste Saphirglas schützt das Zifferblatt und bietet eine hervorragende Klarheit. Dank der entspiegelten Beschichtung bleibt das Zifferblatt auch bei starkem Sonnenlicht gut lesbar. Die Wasserdichtigkeit beträgt 50 Meter 5 Atmosphären, was die Uhr vor Spritzwasser und Regen schützt und sie somit zu einem verlässlichen Begleiter für den Alltag und leichte Outdoor-Aktivitäten macht. Die Funktionalität und Langlebigkeit. Die Hamilton Kaki Field ist nicht nur ein stilvolles Accessoire, sondern auch ein verlässliches Werkzeug. Ihre einfache, aber effektive Handaufzugsmechanik kombiniert mit der robusten Bauweise macht sie zu einer Uhr, auf die man sich in jeder Situation verlassen kann. Diese Uhr ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine durchdachte Kombination aus Tradition und moderner Uhrmacherkunst eine Uhr schaffen kann, die für Generationen hält. Die Hamilton Kaki Field ist eine Uhr, die in ihrer Einfachheit und Funktionalität besticht. Sie ist eine moderne Interpretation der klassischen Militäruhr und bietet alles, was man von einem robusten, zuverlässigen Zeitmesser erwartet. Ob sie ein Uhrenliebhaber sind, der nach einem Stück Geschichte sucht, oder jemanden, der eine zuverlässige Uhr für den Alltag benötigt. Dieses Modell wird sie nicht enttäuschen. Die Kombination aus Handaufzugswerk, strapazierfähigem Gehäuse und zeitlosem Design macht die H6940-9930 zu einer ausgezeichneten Wahl. Das war unsere Vorstellung dieser Hamilton Kaki Field Uhr. Für weitere Informationen zu dieser und weiteren Uhren geht gerne auf unseren Online-Shop auf sg-watches.shop oder besucht uns gerne in unserem Ladengeschäft in der Haarenstraße 29 in Oldenburg. Wir würden uns auf einen Besuch freuen. Wir würden uns auf einen Besuch von der Haarenstraße 29 in Oldenburg.